Mein Brett ist, meine Fritteuse brennt. Kaspar, was soll ich denn nun machen? Moment mal, wie haben wir das bei der Feuerwehr irgendwo in der Schule gemacht? Kinder, wisst ihr, was man jetzt machen muss? Eins, eins, zwei! Oma, lass alles liegen und komm schnell da raus und vergesst nicht, die Tür hinter dir zu schließen. Und Kinder, was soll ich nur tun? Hält ihr mir? Ja, wir haben ein, eins, zwei! Ein, eins, zwei! Womit soll ich sie denn rufen? Mit dem Telefon! Mit dem Telefon, das muss ich einmal kurz holen. So, und jetzt wollen wir einmal die Nummer, ich hab das schon wieder vergessen. Eins, eins, zwei!